Servus, damit recht herzlich willkommen zurück zu Sompiersor. Ja, wir haben die Pampgangrand gefunden und jetzt habe ich mein Bild wieder gleich. Also ich bin raus und wieder rein und dann war das Bild wieder fein. Keine Ahnung. So, hier oben waren nicht weiter, hatte ich gesagt. Oh, genau. So, wir haben eine Pampgang. Das ist schon mal geil, dass wir eine Pampgang haben. Eine fette Schrotflinte. Da können wir nämlich die einlöcken und jetzt die hier nehmen. Wir nehmen erstmal alles von oben da unten. Das geht. Das wird wieder viel zu viel. Ach, die Scheiße. Das ist ja, das ist ja also, boah. Okay, Antipiodik, auch drinnen. Oh. Okay. Okay. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Okay. Okay. Ah, wir sind schon mehr als nur, wie du holst, bitte. Der Mensch müssten die noch was machen, dass die dann unten Feinde hast, wenn du den Bereich hast, gemacht hast. Jetzt müssen wir erstmal wieder rein machen, der ist dicht. Oh, ist das schon einloggen? Ich möchte deine zarten Eiterbrillen streichen. Ne, wir sind dort lang, weil da hier ist noch so viel zu looten, ne. Schon alleine, das Gebäude wird übelst kleiner Daumen, weil du musst hin, her, hin, her. Mach bloß gerade aus jux und dollerei hier so nen Lärm. Vielleicht stört nicht der ein oder andere Zombie. Jetzt hat er eine Lüste, ein bisschen zu spielen. Aber scheinbar nicht. Hier gibt es anscheinend niemanden, der mit mir spielen will, was für ein Spielverderber. so. So. Ah. Doch eh noch. Oh. Ist das ein Ohr, ne? Ist das ein Schädeldinger? Ah. Ah. Aha. Hier sieht immer verbarrikadiert aus. Ohr. 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 Das ist wahrscheinlich schon als eine Lady. Wollen wir uns mal werfen was rein. Hier ist mehr alles genug da. Da hinten geht es auch noch weiter. Schlimmisch wäre das nicht alles auslooten. Das ist nicht gerade... Oh! Bloß gut, dass wir den gleich als erstes nicht bestanden. Das ist ja auch noch mal so ein wieses Haus. Jetzt gucken wir mal wieder hier ein paar Leute an. Ah, junge Dame. Da hat es die auch erwischt. Das einzige Problem ist wirklich, dass das so riesig ist. So viel Stuff kannst du gar nicht mitnehmen. So viel gibt es hier. Ach, find doch mein Name. Ich will halt den Munition und so mitnehmen. Oh nein, dort hinten. Oh nein! Oh Gott! Nein! 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 Da das fünf Staffeln mit dem Sch Squirrel, kannst du wissen! Da sind noch Re段 repositoren. Beginnt mal alles. Oh ja! Eben. Oh Gott sei Dank! Oh Gott sei Dank! Ja gut, wir sind hier rausgekommen. Alles klar. Ich kriege ich. Okay. Ich würde halt schon gerne die ganze Scheiße mitnehmen, das Problem. Aber das große... Das Problem ist halt, dass da so viel ist. Ja, das ist das alte Depot, was wir schon am Anfang geräumt hatten. Ich weiß, wie lange wir hier noch brauchen werden, um das alles zu räumen. Wie oft wir da hin und her rennen, das ist ja... Schon alleine hier das Gebäude zu räumen, ist einfach... Dreimal hin und her rennen. Und dann kannst du nicht mehr zielen. Alles klar. Lassen Sie bitte meine Tür ganz. Ich kann auch nicht dafür. Das ist alles so voll. Massivst vollgeklatscht, weißt du, wie ich meine? Ich kann auch nicht mehr zielen. Das bedeutet einfach mal so, ne? Wir haben ja richtig was zu tun. Wir müssen jetzt noch die Häuser räumen. So, dann musst du noch hin und her rennen, weil... Dass so viel Stuff und Krempel ist, dass das eigentlich gar nicht mehr vertretbar ist. Das haben wir schon geräumt, oder? Ja, hier haben wir schon geräumt. Das müssen wir noch wollen. Ich hätte nämlich ne übel Lust... Äh, nächstes Mal weiterzufahren. Wer ist denn, wer ist denn, wo stehst du? Lassen Sie uns laufen. Weil darauf hätte ich echt Bock, mal endlich wieder weiterzufahren ins nächste Areal. Aber wenn du, wenn du das hier siehst, das ist, alter... So maßlos viel. Beim Holz und Metall werden wir trotzdem mitnehmen müssen, ne? Weil das brauchen wir ja. Gerade auch zum Upgraden so. Dann hast du in den ganzen Fahrzeugen hier eben noch überall Loot drin. So, ich geh mal zurück zum Züch. Dann würdest du sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Zubeißer. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag tschau. Mit V. Tudelü.